Ist die Strecke frei, schaltet das System auf Fernlicht. Werden Rücklichter vorausfahrender Fahrzeuge erkannt, wird ein Tunnel erzeugt. Die schwenkbaren Scheinwerfer lassen den Tunnel dem erkannten Fahrzeug stufenlos und dynamisch folgen. Der Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs wird nicht geblendet. Links und rechts jedoch bleibt alles strahlend hell, sodass die Straße maximal ausgeleuchtet wird. Der Vergleich verdeutlicht eine wesentliche Erweiterung des Sichtbereichs. Untertitelung des ZDF für funk, 2017